Hallo Freunde, hallo YouTube, hier ist wieder euer Hans, heute mit einem weiteren Sonntagstutorial und heute möchte ich euch gerne den Community-Kalender vorstellen. Microsoft hat für alle diejenigen, die sich im Beta-Programm befinden, eine neue App zur Verfügung gestellt und diese ist der Community-Kalender. Im Community-Kalender könnt ihr euch verschiedene Dinge direkt anzeigen lassen, wie zum Beispiel auch Game-Veröffentlichungen. Game-Veröffentlichungen wie hier zum Beispiel von Halo, da könnt ihr dann draufklicken und könnt euch nähere Informationen dazu anschauen und ihr könnt sogar es hier drüber direkt preordern. Des Weiteren könnt ihr über den Kalender euch an wichtige Termine erinnern lassen, wie zum Beispiel an Games with Gold jeweils zum 1. oder 15. eines Monats. Ihr könnt euch den Kalender natürlich auch komplett individuell für euch gestalten lassen. Wenn ihr zum Beispiel nur Game-Add-ons oder neue Spiele-Veröffentlichungen sehen möchtet, dann könnt ihr dies natürlich hier einstellen und dementsprechend anzeigen lassen. Derzeit steht der Kalender nur auf Englisch zur Verfügung. Ich vermute jedoch, dass dieser zum Release, wenn er dann öffentlich für alle kommt, auf Deutsch sein wird. Ich hoffe, dieser kleine Einblick hat dir wieder weitergeholfen. Wenn dem so ist, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Lass mir gerne auch ein Abo da, um keins meiner weiteren Sonntagstutorials zu verpassen. Und mir bleibt nur eins zu sagen, ich danke fürs Zuschauen. Euer Hans ist raus. Cheers!